und weiter geht's mit dem Schokokuchen und mir hier in Skyblock und werde jetzt hier mal ein bisschen Inventar sortieren weil alles brauche ich dann doch wieder nicht und dann brauche ich mal noch in drei eisen übrigens unser Schokokuchen kann ich auch mal Hallo sagen ja Hallo von mir aus so gestern war er auch schon dabei und hat dann mein erstes Schwert hier in Skyblock überreicht ich weiß nicht wir sehen jetzt dann wie lange es dauert bis wir es dann brauchen und ich mache jetzt mal den Turm hier noch weg wo ich er lässt der Fall hochgebaut habe und machen hier wieder so vier Bäumchen dass wir auch ein Holz fordert haben okay ich hatte glatten Apfel und auf einmal ist er verschwunden ja hast ihn gegessen doch sogar wie auf einmal so schnell oder was ja sowas nennt sich dann wohl leck okay ähm was hier aber auch nicht so schlecht wäre finde ich wäre ne Dia Spitzacke wozu ja für die ganzen Erze hier ja du weißt ja schon vor Obsidian fehlt uns ein bisschen die Lava ne Wasserqualle haben wir aber keine Lavaqualle ja ich weiß aber was ich hier am meisten machen ist abbauen so im Großen und das sind wenn die er Spitzacke gar nicht mal so schlicht und meine ich ist auch schon kaputt um um das gibt es 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 Ich mache mir hier jetzt mal eine Spitzhackel. Hast du eine? Ja, ich habe mir vorhin schon eine gemacht. Okay. Und ich mache mir jetzt mal ein Brot, um noch irgendwas zu fressen. Ach ja, das Golderz will ich mal in den Ofen. Wir sollten uns vielleicht mal noch einen Ofen machen. Nee, ich muss eine Mache, ich stelle es halt oben drauf. Hier, Golderz. Hast du das aufgesammelt? Was nicht? Oder doch, doch. Wie weit wirst du dieses Projekt machen? Also bis welche Folge ungefähr? Kann ich dir jetzt immer noch ganz schlecht sagen. Ich muss, weil ich finde, es macht übelst Spaß dieses Projekt. Und den Zuschauern? Na, könnt ihr mal einen Konsater schreiben. Wer guckt das überhaupt? Also ein, zwei Kühe. Ach, mittlerweile haben wir sogar Pferde. Okay. Und ich schweigen muss auch noch kurz dran glauben. Da haben wir dann noch drei Stück. Aber dann wieder was zu essen. Nee, du schaffst. Nee, schaffst du mal ein Löscher? Hm? Ach, nicht hier. Ach, nicht hier. Hier so oben. Wir hatten ja in der letzten Folge das Texture-Pack angesprochen. Computer-Gott-Könstest du das vielleicht, also in Skype reinkopieren? Ja, dann Texture-Pack. Ich meine, das kann ich dir nachher gerne mal schicken. Okay. Betonung liegt nach der Aufnahme. Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Wer es vielleicht gesehen hat, vor zwei Folgen habe ich in der Aufnahme angefangen, den Begriff Gold in Apfel zu googeln. Wie das ankommt, weiß ich auch noch nicht. Die Kiste ist hier. Wir haben jetzt schon elf Gold. Ich habe hier 24 Gold in der Kiste. Müsst du mal sortieren, die ganzen Kisten. Ja, wollte ich gerade sagen. Und vielleicht zwei Häuser mal machen oder die Fläche hier ein bisschen vergrößern. Bitteschön, es steht hier alles offen. Ja, das mache ich jetzt. Haus bauen. Ich habe jetzt schon einen Namen für... Haus bauen mit dem Kuchen. Ja. Das ist schon ein ganz guter Name. Aber das muss schokohaft sein, sonst... Also braun. Nicht wie Scheiße. Sondern wie Schokolade. Okay. 36. Aber warum tue ich die Kohle raus? Boah, Beet. Ich werde mich mal ganz kurz hier reinstellen und mal ganz kurz was gucken gehen. Ach, das stimmt. Wir sind im Moment... Ist mir gerade aufgefallen. Wir sind im Moment bei der zehnten Folge. War das dann die neunte? Also, zehnte Folge. Äh, nein, Special gibt's keins. In der zehnten Folge. Gibt's dann vielleicht gerade 20 Stück. Weil ich hab auch so nix geplant, da kann ich schlecht was machen. Hast du eigentlich das ganze Essen aus dem Ofen rausgenommen, sag mal? Nee, ich hab eigentlich gar nix rausgenommen. Oder hab ich das vorher schon zweimal reingefressen? Ich glaub schon. Ja, man hat einfach den Chat gesehen, wo ich im Bett gelegen bin. Und ja, es ist nicht so, aber... Kannst du ja mal versuchen, haben wir noch... Ich mach mir erst mal so kack aus. Ja, dann guck ich mal ganz kurz, ob wir... Äh, die Funktion mit dem Cosmos Airi wird im Übrigen nicht zu oft gebraucht, ne? Freut mich. Ich baue hier mal ein bisschen wieder was ab. Ja, und ich baue dir ein Bett. Kriegst du dieses Gras da, also jetzt keine Droge, da wo doch Gras free steht? Ja. Kommt das automatisch oder musst du das reinführen? Nö, da ist halt immer, ja, eigentlich unbegrenzte Quelle. Darum sag ich ja, das wird nicht zu oft genutzt. Okay, gut. So. Dann komm mal her. So, der Minenarbeiter schlägt, wie es sich gehört, direkt in der Baustelle. Dann lege ich mich auch mal kennen. Und das wird dein Haus. Das ist ja erst mal der Anfang. Okay. Ich kann nicht so gut bauen. Dann kann ich dir gleich mal dein Bett da reinstellen. Ja, das wäre ganz gut. Sag ich dir vielleicht noch so ein bisschen so, ähm, weit und außenrum, da so ein Bett im Kornfeld und so. Kornfeld? Ja, egal. Wie, also eigentlich sind ja Projekte immer, also so 10 bis 15 Minuten. Warum, wie bist du drauf gekommen, dass du das 4 Minuten machst oder nimmst du zu viel Speicher weg? Ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, wir sind bei 8 Minuten, es ist dann bald 9. Und die ungerenderte Datei hat 3 Gigabyte. Wenn die gerendert ist, sind es noch 200. Und ich muss die A irgendwann mal rendern und B irgendwann mal hochladen. Oh, okay. Und die ganz so schnellste Internetleitung habe ich dann auch. Oh, noch nicht. Auch wenn ich so gerendert habe. 10K hast du mal gesagt. 6000. Echt jetzt? Ich habe auch nur 6. Alter, so beschissen. Ja, 6000. Das ist jetzt mein Sprichwort. Dir. Wenn ich sie erst finde, dann sage ich dir. Weißt du das? Ja, okay. Okay, von mir raus. So, Digga, wir sollten mal hier die Kisten sortieren, wenn man gar nicht mal so schlicht. Ja, und zwar machen wir das Ganze in der Folge. Alles dann, wir sind wieder bei 10 Minuten. Ich habe hier jetzt nicht mal 10 Minuten, mit 5 Minuten kriege ich eh nicht hin. Deswegen würde ich mal sagen, bis morgen. Tschüss. Tschüss.